Das letzte mal haben wir kurz besprochen, wie wir jetzt genau ungefähr was planen oder ich jetzt gerade planen und heute geht echt genau da weiter, wo wir das letzte mal aufgehört haben. Ich habe mir ein paar Sachen geholt und abgebaut. Wir sind Lesko und da sind auch die Kollegen. Hallö, Hallö, Hallö. Bebe. Hallö, Hallö. Hi. War euch alles gut? So weit, so gut. Ja, sicherlich. Ich bin gerade an der Verschönerung der Brücke. Ich bin gerade am überlegen oder, na ich hatte ja vorhin erst ein paar Sachen gepflanzt, also ein paar Bäume wieder bei uns reingesetzt und stehen aber schon ein paar Birken noch da. Ja. Ich kann mir überlegen, ob ich die paar Birken, die da schon stehen, trotzdem mal wegkloppt wurde, ob ich die noch stehen lasse und halt warte, bis die ganzen anderen Bäume gewachsen sind. Auch darunter typen. Haben wir Eiche noch? Weil ich brauche Eiche. Ich habe noch Eichensetzlinge bei mir im Dings. Da kann ich noch welche anpflanzen, wenn du willst. Ja, das wäre sehr schön. Weil wenn du mal bei uns ins Bauchhaus reinguckst. Ja, mache ich sofort. Ich bin in der Nähe. Uh, ho, ho. Ich komme da nicht mehr rein, ja. Benni, du... Wie, die kommst du nicht mehr rein? Sag es? Also im Lager... Rikki. Rikki? Im Lager hast du ja hier ein paar Sattel und so ein Eisener für ein Pferd, so eine Rüstung. Ja. Ja. Kann ich mir die Rüstung nehmen für mein Pferd? Ja. Ja, darf du. Und ich habe mir auch noch mal noch ein zweites... Ja, dann machen wir das mal so, dass die Baumfellarbeiten noch warten müssen, es sei denn, ich wäre nach außen gerufen, mal in einem Wald, mal zu. Naja, draußen und weiter ist es kalt, ne? Naja, im PC-Spiel macht mir das nicht so viel aus wie jetzt. Also da planten wir halt noch ein bisschen an, das ist auch... Glückwunsch. Ja, für die Leute, ich habe mir nochmal ein bisschen Gedanken gemacht. Wir wollen mit Deston mal arbeiten, weil da habe ich lange, lange, lange Zeit überhaupt nicht mehr gemacht. Ja, und deswegen wird alles, was unter dem Block da ist... Bin ich da richtig? Ja. Oh, ich will immer die Falltasten drücken. Ja, weil das bei manchen Spielen ja so ist, dass du in die Falltasten drücken musst, um vorwärts zu kommen. Ja, 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 das stimmt. Und, äh, ja... So. Das heißt, alles, was da unter dem Holz da ist, muss drei tief sein, mindestens. Und dann kommt die Decke. Weil, äh, dazwischen muss man laufen können, um dann einfach in Problemfall, wenn irgendwie irgendwas kaputt gehen sollte, oder um den Rest schon zu beheben, dass man da normal laufen kann. Deswegen muss dann hier noch freundlich viel, äh, rausgebaut werden. Ich mache vielleicht erstmal den Grundstein, ähm, dass ich dann erstmal in die Date... Hier geht es dann irgendwie rein. Grundsteinlegung. Vielleicht... Wie hoch ist das denn hier? Ähm... Wir haben hier eins, zwei, drei, vier... Fünf. Das heißt, fünf erst dann aufhört. So. Da heißt, eins, zwei, drei... Dann vier... Und dann haben wir hier fünf. So. So. Das wird... Hier irgendwann die... Der Untergrund... Ich mache hier mal... Und meine... Äh... Laterne hin. So. Das heißt... Alles, was... Unter... Stehe hier, wo ich gerade bin, kommt der Fußbrun rein. So. Und alles, was... Oben ist es... Alles, was kann. Also wenn ich immer Fisch gebraucht habe, habe ich bei meinem Sally immer Fisch abgeholt. Oder habe teilweise auch selber, ähm... Wer will denn das schlafen? Oh Gott. Äh... Teilweise auch selber dann, äh... Ich bin am Arbeiten. Werden sich denn dann hingelegt? Niko... Bestimmt da, Niko. Weil ich bin noch am Arbeiten. Ja, das können wir uns hinlegen. Aber auch nicht. Mir ist es okay. Ja, ich kann mich daran nicht hinlegen. Na geil. Kann man arbeiten. Ich habe mich mal hingeschlossen. Ich habe schon bei dir den einzigsten ausgeholt. Ja. Ah, die weiße Katze gehört jetzt mir. Die gehört jetzt mir. Ja. Fängt sogar schon an. Also hier, beim Hals. Zu wachsen. Und zwar richtig groß zu wachsen. Komm jetzt Katze. Willst du noch mit? Katze! Katze! Und wo war die orange Katze? Da war Räuber. Katze! Die war irgendwo oben. Ach, auch nur oben. Ah, okay. Katze! Willst du die auch noch haben? Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Ich muss erst mal gucken. Wo ging es hier nach oben? Ach ja. Dann sitzt die. Die rennt. Dann ist es die, die hier zwischen den Eisenkolüms rumrennt. Ja, das ist eine Fremde. Ich habe gesagt, auch einmal wird das jetzt so düster. Naja, es regnet ja auch. Ja, aber ich bin da gerade bei mir irgendwo. Und baue hier da gerade ein bisschen was zu. Äh. Und da war ich gerade keine Laterne. Und deswegen war das so düster. Kann man dann nicht gleich sofort hier anfangen, sondern ein wenig weiter. So, dann muss ich gucken wo du bist. Na Zombie. Hier so hin. Zombie und Skeletti. Wo befindest du dich gerade? Ähm. Wo befinde ich mich gerade? Wo befinde ich mich gerade? Wo? Äh. Ich bin da, wo der Turm ist. Ungefähr. Da wo der Turm ist. Ja. Ach hier äh, bei der Eisenfarm oder was? Ja, da in der Nähe. Und wenn du dann da hoch läufst. Ach, ich seh dich. Alles klar. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So, ich hab dir mal ne Schaufel oder ein paar Schaufel mitgebracht. hier hast du eine, er braucht mehr als eine, denke ich mal, da hast du die nächste, 19 und ich habe da noch eine, ja, hinter dem, ja, habt ihr auch mal was mit dem, jo, 19 Birke und ein Eichen, und das heißt, irgendwie so für mich, so nach dem Motto, pflanzt da noch ein paar Dünger mehr rein? Äh, ne, die habe ich dir jetzt einfach mal zu geben, weil ich brauche die nicht, ich brauche die nicht. Und ich sehe aber einen Baum, den ich abholzen kann. Wird doch konfirmachen. Okay, du, äh, Nico, du kannst ja mal kurz mitkommen, dann gleich. Oh, mein, Mann. Äh. Ja, müsste an den letzten Rest kommen nicht mehr dran. Dann bau dich nach oben. So, wir sind gleich wieder da. Okay. Ja, mein Inventar ist voll. Hm. So, das ist auch sehr schön. Obwohl, na gut, jetzt durch die eine Axt habe ich ja jetzt wieder einen Platz mehr Inventar, da kann ich jetzt hier noch sammeln. Hallo, dann komm mal, komm mit. Ach. Büroräume. Dong, wurde ich voll, hat dann nicht zu tief hin? Also hier ist noch Baustelle so. Ja, hier ist noch relativ Baustelle. Boah. Was ist los? Hier komm ich nicht mehr raus. Bleibst du drin? Ja, das wird irgendwann, äh, noch, das macht irgendwann alles weg. Das muss weg? Ja, irgendwann. Die ganze Steinwand, oder meinst du jetzt das, was im Boden ist? Ähm, die Steine müssen da alles weg. Du siehst... Oh, die Steine müssen weg. Du siehst, äh, du kommst, komm noch mal zu mir. So, äh, ja, erstmal hier durchstehen. Einen Gang wieder hier vor, dann, äh, äh, so geht gerade so nicht. Ich bin am Anfang. Der Anfang? Braucht das nicht was für ein Anfang? So. Von der, von dem Boden, wo da gerade Holz drin ist, bis zu der Deckel, wird da hier alles ausgewohlen. Okay, ich ahne, so, ähm, ja, dazu brauchen wir eine Menge Steine, eine Menge Steine, um Spitzkarte zu stellen. Ach, da ist ja mein Weg. Du kannst ne, äh, am besten, ähm, 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 Eisenspitzhacke machen. Nein, 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 nicht abschießen, nicht abschießen, nicht abschießen. Da brauchen wir unseren Eisenspezialisten, den, äh, Ricky. Was, wie, was? Mach mal. Wenn ich brauch Eisenspitzhacken. Ja, dann... Und hier wird da auch irgendwann, äh, noch ausgebaut. Da kannst du ja vielleicht, äh, Niko, irgendwann dir mal bedanzen machen, wie du echt hier ausbauen möchtest. Ja, wenn unten Büroräume sind, äh, oder wenn das unten Büroräume werden sollen. Hier oben sollen ja auch Büroräume sein. Willst du zum Großraumbüro hier machen? Ja. Das heißt, ähm, ich schick dir irgendwann mal so nen Plan, und dann kannst du dir immer die Sachen machen. Ich wollte nie Architekt werden. So, wenn ich Architekt, äh... Naja, ich wollte auch nie... Äh, Niko, du siehst doch mal so, ich wollte auch nie erwachsen werden, ne? Okay, ich hab's nicht gewöhnt. Wer wollte das anfangs schon? Trotzdem hab ich mich immer zur Werke gesetzt, dass, äh, es nichts werden. Aber irgendwo sind wir... Irgendwo sind wir, äh, äh, ja, trotzdem... Äh... Kind irgendwo geblieben. Ja. Ich bin jetzt drin, ne? Mist, jetzt hab ich keine Magroben mehr. Mhm. Mein Kalender von 2022 ist so rumgefallen. Ja, ja, ey, ich hau ihn mit der Achse, du haust mich mit der Schaufel. Ich glaub's wohl. Ich kann dich auch mit einer Eisenach hauen. Aber die Schaufel ist... Ich hab grad einen Enderman gehört. Oh, hör doch jetzt mal auf. Krank. Nein. No. Vicky. Hör mal mit. Wenn, dann zieh ich vorher meine Eisenachrüstung aus. Die ist schon fast kaputt. Jedes Mal, wenn ihr mich haut oder Skelett auf mich schießen oder wie auch immer. Ja, dann zeig doch mal. Was hast du mir gesagt? Äh, Enderman, Enderman! Ja, ich hab ihn gehört. Hab ich doch gesagt. Ja, so. Ähm. Also die Treppe hab ich schon gesehen, was du dahin gebaut hast. Ich glaub, ich hab mir hier ne Idee, was ich in dem Raum hier bauen werde. Eine kleine Arena. Boah. Können wir gerne machen. Aber nur, wenn wir nicht schon mehr Elementar haben. Können wir uns auch mal klippen. Steinschwerter hab ich genug. Ja. Hier eine kleine Arena. Oder, der Holz wird dann nochmal verwechseln zu irgendwas, was nicht brennbar ist. Und, ähm. Ach so. Ähm. 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 Nee, ich weiß nicht. Ich hab jetzt schon einfach aufgemacht. Jetzt die Holz wegzumachen. Und dann eben. Hier oben kannst du ne Tribüne oder so bauen. Ja. Wenn du von oben zuguckst. Die Leute. Da gibt eben, dass hier dann ne Tribüne ist. Dass man in die Wind um da hinlaufen kann. So, glaub ich hab. Aber da. Enderman, komm mal her. Ich guck dich an. Und da kommt mich zu mir. Ich glaub's mir. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Scheiße. Oder hast du ihn hingeguckt? Diese Brücke soll schöner werden. Toll. Hat nur ne Erde geblockt und keine Enderperle. Mann. Ähm. Und das ist hier ganz viel, was wir noch zu tun haben. Wir werden euch dann das nächste Mal. Sobald wir wieder ein bisschen aufnehmen. Werd ich euch dann mitnehmen. Und euch ein bisschen hier die Sinne und Sachen teilen. Was so passiert ist. Was wir so gebaut haben. Ähm. Ein bisschen könnt ihr euch ja auch vorstellen. Und somit würd ich dann. Das war dann hier erstmal. Ähm. Und... Und... Wenn ihr irgendwas noch bilden wollt, schreibt euch in die Kommentare. Wenn ihr... Bei uns schaut gerne bei den anderen vorbei. Auf deren Kanäle. Ähm. Das würde ich mich sehr, sehr freuen. Auch Kommentare und Daumen natürlich. Ja. Auch nicht nur für mich, sondern auch für meine Kollegen. Jetzt hier. Ähm. Ähm. Benni. Der ist jetzt gerade... Ähm. Da vorne gesprungen ist. Ja. Niki. Und Seldi natürlich auch. Also... Ari. E Planasi. Verseen. Ja. Dann ist jetzt mal mit ihm...